Sie könnte wirklich genauso gut sagen, dass Gras hellrosa-violett gestreift ist. Das hätte einen ähnlichen Wahrheitsgehalt. Heute bei den Science Cops. Der Fall Palina Roszynski. Hallöchen, Pupplöchen, hier spielt die Musik die Astromusik. Das Himmelsorchester hat es auf uns abgesehen diese Woche. Und wie! Die bekannte Moderatorin und Influencerin will Astrologie wieder groß machen. Und behauptet, ja, Sternzeichen und die Konstellation der Planeten bestimmen unser Leben. Der Planet Pluto, der hat das Zeichen gewechselt und ist jetzt in den Wassermann gegangen. Das ist ein ganz großes Happening, ein Riesen-Event, ein Riesen-Ding. Das werden wir jetzt aber noch die ganzen nächsten Jahre spüren. Hat Palina Roszynski recht? Und was ist dran an den Vorhersagen der Horoskope, an die Millionen Deutsche glauben? Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen bei den Quark Science Cops, euren Lieblingsermittlern Jonathan und Max auf dem Quark's Police Department. Ja, und zwar dieses Mal ganz buchstäblich. Das ist die erste Folge, bei der ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen könnt. Und ihr seht, wie wir hier in unserem Quark's Police Department mit einem etwas abgewrackten Büro, aber in unserem feinen Arbeitszwirren an diesem schönen Tisch hier sitzen und ins Mikrofon parlieren. Das hast du sehr schön gesagt. Und ihr könnt das alle sehen bei YouTube, ihr könnt das auch bei Spotify sehen. Wenn ihr uns aber natürlich weiter einfach nur hören wollt, geht das selbstverständlich auch in der ARD-Audiothek oder auf den Plattformen, wo ihr uns gerade gerne hört. Nun hätte YouTube natürlich den Vorteil, dass ihr auch mal die erste Folge der Squark's Science Cops Web-Serie euch anschauen könnt. Das fänden wir schön, wenn ihr das mal macht. Wir haben uns auch total über das positive Feedback gefreut, was wir, als wir letzte Woche Samstag die erste Folge veröffentlicht haben, direkt von euch bekommen haben. Also das war überwältigend. Ja, und an alle treuen Science Cops-Fans die gute Nachricht, weil da auch oft die Nachfrage kam, nein, wir ersetzen den Podcast natürlich jetzt nicht durch diese Serie. Die Serie gibt es zusätzlich. Den Podcast, den wird es weiterhin in gewohnter Form geben. Und für alle diejenigen, die gerade jetzt bei YouTube gucken und uns zum ersten Mal sehen in diesem Podcast, da gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Da decken wir alle zwei Wochen unwissenschaftlichen Unfug auf, also Zeug, was Leute bei Instagram, bei YouTube, im Deutschen Bundestag oder wo auch immer verbreiten, halt noch deutlich vertiefter und ausführlicher als in der Webserie. Ja, nun hat das mit dem Mitgucken natürlich auch so einen gewissen Nachteil für uns. Wir können jetzt nicht mehr verheimlichen, dass wir uns relativ viele Notizen gemacht haben oder machen, bevor wir so eine Folge aufzeichnen. Wirklich, es kommen ja häufig die Mails, wo Leute dann fragen, wie merkt ihr euch das eigentlich alles? Die Folgen sind 60 Minuten lang oder noch länger. Wie kriegt ihr das alles in den Kopf? Gar nicht. Genau, die Antwort ist gar nicht. Das ist unmöglich. Wir haben hier wirklich jedes Mal so eine halbe Bachelor-Arbeit wirklich vor uns liegen. Wir reichen das vielleicht auch mal ein. Dann können wir noch den einen oder anderen Abschluss, ich weiß, kriegen wir einen Abschluss heute zu dem Thema zu haben. Ich weiß nicht, Habilitation vielleicht. Also ihr werdet sehen, dass wir da immer wieder auch mal drauf schauen müssen. Manchmal lösen wir uns auch davon, aber gerade wenn es so um die Fakten geht, wenn es wirklich in die Tiefe geht, dann schauen wir natürlich auf unsere Notizen, damit wir euch keinen Quatsch erzählen. Ja, auch bei dieser Folge wird das sicherlich mal das ein oder andere Mal vorkommen. Wir haben uns mit einem Thema beschäftigt, von dem wir eigentlich dachten, dass man das im 21. Jahrhundert vielleicht nicht mehr machen müsste. Aber dann haben ganz viele von euch uns geschrieben und gesagt, ey, ihr müsst euch mal mit der Astrologie beschäftigen. Guckt euch doch mal bitte an, ob da was dran ist. Und dann habt ihr uns dieses Video hier zugeschickt. Das Universum scheint es gut mit ihr zu meinen. Sie ist unglaublich erfolgreich als Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Ihre Leidenschaft ist die Astrologie. Heute wird sie uns die Sterne lesen. Ja, Palina Roszynski, ihr kennt sie sicherlich, TV-Moderatorin, Influencerin, Podcasterin, Buchautorin. Und in dem Ton, den ihr gerade gehört habt, da war sie zu Gast in der Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks Riverboat, dieser Talksendung. Hatte sie nämlich gerade ihr Buch rausgebracht mit dem Titel Folge deinen Sternen. So heißt das Buch und das hat folgenden Zweck. Ich habe dieses Buch geschrieben, extra für alle, die noch nie was mit Astrologie zu tun hatten. Ja, und dann ist sie für Promozwecke so ziemlich durch die ganze deutsche Medienlandschaft oder die halbe deutsche Medienlandschaft getingelt und durfte ziemlich unwidersprochen ihre Behauptungen zur Astrologie rauskloppen. Also beim Riverboat gab es da wenig Widerspruch, bei Late Night Berlin mit Klaas Häufer-Umlauf auch nicht. Im Stern, da war man vielleicht auch dem Namen nach ein bisschen kritischer, da hieß es dann so, da wird sie so zitiert, also Paulina Ruszynski Zitat, ich bin gerne das Gesicht einer neuen Astrogeneration und dann weiter, ich glaube das Genre braucht eine kleine Auffrischung. Das, was gerade am Himmel passiert, möchte ich ins Real Life übersetzen. Eine neue Astrogeneration, okay. Ja, und das hatten wir ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, also dass die Astrologie wieder so auf dem Vormarsch ist. Der New Yorker, der schrieb schon vor ein paar Jahren, die Astrologie genießt derzeit eine so breite kulturelle Akzeptanz, wie es seit den 70er Jahren nicht mehr der Fall war. Autsch. Ja, und was in den USA ist, das bleibt da ja meist nicht, sondern das schwappt dann irgendwann rüber über den großen Teich. Und in diesem Fall dann leider, YouGov hat 2021 eine Umfrage gemacht und da gaben 53% der Befragten an, dass es einen kleinen oder einen großen Zusammenhang geben würde zwischen dem Sternzeichen und der Persönlichkeit. Und in der gleichen Umfrage sagten 61% der 18- bis 24-Jährigen, dass sie ans Horoskop glauben würden. Bei den 25- bis 34-Jährigen waren das immer noch 56%. Das ist ja super, richtig klasse. Glücklicherweise, also da kann man mal auf die Älteren zählen, bei den Ü55ern sind es dann zum Glück nur noch 30%. Wird man offenbar im Alter etwas weiser, was das angeht. Zumindest was das Horoskop angeht. Und Klimaschutz weiß ich jetzt nicht. Ja, es überrascht aber angesichts solcher Zahlen, wenn man sich diese Umfragen anschaut, nicht, dass das Buch von Paulina Roszynski zum Bestseller geworden ist. Und andersrum macht das Buch, wenn man das liest, ja vielleicht dann auch neugierig. Und dann klickt man sich so ein bisschen rum bei YouTube, sucht dann auch so ein paar Astro-Kanälen oder Astro-Videos. Und dann stößt man vielleicht auf den Kanal von Silke Schäfer. Da denkt man erst 190.000 Abonnenten, das ist ja nicht so groß. Dann klickt man da aber drauf und sieht, dass ganz viele ihrer Videos wirklich mehrere hunderttausend Abrufe haben. Und da erzählt sie zum Beispiel über den 20. April, der war ja erst kürzlich, dass das ein ganz entscheidender Tag sei. Und sie wertet das dann auch noch sehr mysteriös auf. Wir hören auch da mal rein. Es ist immer wieder spannend, in Phasen zu kommen, wo wir sehr viel lernen werden, wo wir an schicksalshafte Weichenstellungen kommen, an Crossroads, wie man so schön sagt, wo sich das Schicksal ändert. Und genau an so eine Crossroad kommen wir jetzt. Der 20. April 2023 ist ein ganz besonderer, wichtiger, markanter Tag innerhalb der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja, diejenigen, die den Podcast kennen, die wissen, dass wir große Fans auch von der Musik im Hintergrund sind. Und uns immer wieder überlegen, ob wir nicht auch mal sowas bei uns machen sollten. Jetzt ist der 20. April ja schon vorbei. Hast du irgendwas Besonderes bemerkt? Nö, also ich glaube, an diesem 20. April ist jetzt nicht wirklich was passiert, was dann irgendwann groß in den Geschichtsbüchern Erwähnung finden würde, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht. Das kann aber natürlich einfach daran liegen, dass wir nicht empfänglich genug sind für diese Energien oder diese Vorhersagen. Wer weiß das schon. Und wenn man ganz genau hinschauen würde, dann würde man ja vielleicht doch so ein paar kleine Dinge finden, auf die die Vorhersage dann eintritt. Ja, wenn man ganz genau hinschaut, dann findet man wahrscheinlich immer irgendwas, was gerade so passt auf diese Beschreibung. Aber dazu kommen wir gleich noch. In dieser Folge erklären wir euch, woher die Astrologie kommt, welche geschichtlichen Entwicklungen es so gab und wann man eigentlich herausgefunden hat, dass es sich bei der Astrologie um ziemlichen anti-aufklärerischen Unfug handelt. So kann man es sagen. Ich denke, das ist die einzig passende Bezeichnung. Also wir erzählen euch auch von Untersuchungen, die eindeutig nachgewiesen haben, dass Horoskope nicht eintreffen. Wir schauen darauf, wie sich Astrologen trotzdem versuchen, irgendwie rauszureden. Und wir erklären, welche psychologischen Effekte eigentlich dafür verantwortlich sind, dass doch so viele Menschen an die Vorhersagen, an diese Horoskope glauben. Ja, kleiner Spoiler. Der greatest showman of all time hat was damit zu tun. Und der zweite Spoiler, ich glaube ganz am Ende, das können wir jetzt schon verraten, ich denke, Paulina Ruszynski wird im Science-Cops-Knast landen, oder? Ich denke auch. Ah ja. Los geht's. Ja, aber niemand landet bei uns im Science-Cops-Knast, ohne dass er oder sie vorher geprofilt wurde. Das gilt sowohl für Paulina Ruszynski als auch für die Astrologie. Bei uns geht's schließlich wissenschaftsrechtsstaatlich zu. Den Begriff prägen wir jetzt. Über Paulina Ruszynski muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen. Sie ist ja doch relativ bekannt. Sie ist eine TV-Moderatorin, in St. Petersburg geboren. Ich glaube, letzte Woche 38 Jahre alt geworden. Alles Gute nochmal nachträglich von dieser Stelle. Und was uns vorher gar nicht so klar war, sie ist richtig krass in diesem Astro-Game drin, ne? Ja, das Buch haben wir ja gerade schon erwähnt. Sie betreibt aber auch eine Website, astrolinski.com, was im Wesentlichen einfach ein Online-Shop ist, wo man neben ihrem Buch zu den verschiedenen Sternzeichen auch die passenden Hoodies kaufen kann, ja? Oder auch Longsleeves oder auch T-Shirts. Also zum Beispiel schwarzer Hoodie, Sternzeichen Löwe, 99 Euro. Ja, ich habe mir den angeguckt, ich fand den war jetzt nicht so schlecht. Ich wünsche dir den vielleicht zum Geburtstag, dann würden wir im Team zusammenschmeißen. Und das ist ja auch dein Sternzeichen, oder? Das ist mein Sternzeichen, ich bin Löwe. So viel weiß ich noch. Aszendent und so, da wird es schwierig. Aber kommen wir später noch drauf. Nee, aber lass mal. Geburtstag ist aber ein gutes Stichwort. Denn da bietet Palina Ruszynski was an, ja? Und zwar kann man sich auf ihrer Seite ein sogenanntes Natal-Chart erstellen lassen. Da muss man dann seinen Geburtstag eingeben, den Geburtsort und wirklich die genaue Uhrzeit der Geburt. Und dann bekommt man dieses Natal-Chart da ausgerechnet. Das zeigt dann die genaue Position der Tierkreiszeichen, der Planeten, des Mondes, der Sonne und so weiter zum Zeitpunkt der Geburt an. Und das ist dann so die Grundlage, um daraus dann Rückschlüsse für die eigene Persönlichkeit ziehen zu können. Dafür, um das dann machen zu können, muss man wiederum ihr Buch kaufen. Das Natal-Chart selbst ist aber kostenlos. Genau, und kostenlos sind auch die Astro-Infos, die Palina Ruszynski auf ihrem Instagram-Kanal verbreitet. Da macht sie zwar auch die ganze Zeit natürlich Werbung für ihr Buch. Sie gibt aber regelmäßig auch in so 20-minütigen Interviews quasi astrologische Lebenshilfe und erklärt, was man aufgrund der aktuellen Planetenkonstellation gerade machen sollte. und was man vielleicht lieber hassen sollte. Und leider, Max, ist es offenbar so, dass das hier mit dem Start unseres YouTube-Kanals und auch mit diesem Videopodcast hier eine ziemliche Scheiß-Idee war. Hören wir mal rein, was Palina uns sagt. Es ist auch auf jeden Fall so, dass diese Woche und diese Konstellation extrem lebensverändernd sind. Ja, das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Ja, ja, warte mal ab, es geht ja noch weiter. Nichtsdestotrotz würde ich nicht empfehlen, jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen oder irgendwas zu launchen, irgendwas auf den Markt zu bringen. Ja, gut. Da haben wir immerhin eine Ausrede. Falls es jetzt mit dem YouTube-Kanal so gar nicht klappen würde, waren das die Sterne schuld. Ja, wobei in diesem Fall tatsächlich eher Sonne und Mond. Denn es war offenbar so, dass es vor ein paar Tagen eine Sonnenfinsternis gab. Jetzt nicht bei uns, sondern nur vom Indischen Ozean auszusehen. Aber die ist halt der Hauptgrund dafür, warum man sowas wie einen neuen YouTube-Kanal, warum man davon gerade eher die Finger lassen sollte. Ich sage nicht jetzt unbedingt Sachen launchen und Statements setzen, weil durch diese Sonnenfinsternis ist es so, dass der Mond halt vor der Sonne steht und wir haben weniger Licht, also wir haben weniger Power. So, alle Physikerinnen und Physiker da draußen sterben wahrscheinlich gerade tausend Tode. Also bekanntermaßen dauert so eine totale Sonnenfinsternis ein paar Minuten, so eine partielle Sonnenfinsternis vielleicht ein paar Stunden. Warum uns dieser Mangel an Licht über Wochen die Power rauben soll, man weiß es nicht. Aber solche Dinge jedenfalls, über solche Dinge wird man erhält, wenn man Palina Ruszynski bei Instagram dann folgt. Genau, so was Palina heute bei Instagram, das konnten die Menschen vor 3000 Jahren in Mesopotamien natürlich auch schon. Natürlich. Vielleicht nicht so cool mit einem Instagram-Kanal, aber die konnten ähnliche Sachen machen. Also da findet man zumindest die frühesten Belege für so etwas wie Astrologie. Also dass man den Stand der Himmelskörper irgendwie interpretiert hat und zwar dann im Hinblick auf das Schicksal des Landes oder der Völker oder zumindest der Herrscherfamilie. Und als dann später so was wie Kalender entwickelt wurden, wurde das dann immer konkreter. Da kamen dann auch diese Tierkreiszeichen dazu, über die wir ja gleich noch sprechen werden. Und irgendwann kamen dann auch diese ersten persönlichen Geburtshoroskope. Das war so zur Zeit der griechischen Antike. Und das, was wir heute als Kalenderastrologie kennen, also Vorhersagen auf der Grundlage des Geburtstags, das gibt es so seit etwa 2000 Jahren. Also so lange gibt es die heute uns bekannte Form der Astrologie, die einige ja dann auch tatsächlich als Wissenschaft bezeichnen. Die Astrologie ist ja eine Erfahrungswissenschaft, die auf der Astronomie beruht. Auf dieser Wissenschaft der Astronomie. Ja, weiß ich nicht. Also es ist eine Aussage, bei der uns als Science Cops, da läuft es wirklich eiskalt den Rücken runter. Aber warum Astrologie mit Wissenschaft wirklich überhaupt gar nichts zu tun haben, also nichts, werden wir euch in dieser Folge noch zur Genüge erklären. Schrecklicherweise ist, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst, dass es einen Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie gibt. Man kann sich das ganz einfach merken, wenn ein L drin ist in dem Wort, das steht für Lüge, dann ist das die Astrologie. Wobei man sagen muss, dass diese beiden Sachen durchaus sehr lange Zeit auch nebeneinander existiert haben und sogar von denselben Leuten praktiziert wurden. Also bedeutende Astronomen, wie zum Beispiel Johannes Kepler, der lebte so ungefähr um 1600 rum, der verdiente sein Geld unter anderem damit, das der Horoskope für andere Leute erstellt hat. Wobei ich ja glaube, dass das Astronomen heute auch noch machen, die sprechen und ich darüber stelle, du bist Astrophysiker, hast du einen Nobelpreis gewonnen, was glaubst du, wie viel Geld du kassieren kannst? Wenn du dann Horoskope erstellst, Nobelpreis... Du kennst dich ja offenbar sehr gut damit aus, dann kannst du das mal machen, ne? Naja, egal. Jedenfalls war es zur Zeit der Aufklärung, war dann Schluss mit dem Nebeneinander von Astrologie und Astronomie. Astrologie galt fortan einfach nicht mehr als Wissenschaft. Das sind halt einfach auch völlig zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine richtige Wissenschaft, ja. Ein Teilbereich der Physik, da beschäftigt man sich mit der Erforschung der Objekte im Universum und deren Eigenschaften und Bewegungen, ist übrigens, wie wir aus eigener Erfahrung sagen können, kein so ganz leichtes Fach an der Universität. Es ist ziemlich kompliziert, so Bewegungen auseinanderzurechnen. Wenn ihr so richtige Geometrie-Fans seid, dann müsst ihr das belegen, ja. Es zerstört euer Hirn. Ansonsten vielleicht eher nicht. So das andere, die Astrologie, die macht sich zwar so ein paar astronomische Methoden irgendwie zu nutzen, um Dinge auszurechnen, zum Beispiel Planetenpositionen oder so, das war es dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. Der Rest ist schlichtweg einfach, wir werden das in dieser Folge noch häufiger sagen, es ist grober Unfug. Ja, werdet ihr noch sehen. Die einzige Gemeinsamkeit ist wirklich, dass es um Sterne und um Planeten geht, womit wir dann jetzt auch bei der Grundidee der Astrologie wären. Und da dreht sich erstmal alles um die sogenannten Tierkreiszeichen. Und drehen ist genau das richtige Stichwort. Also die Erde dreht sich ja um die Sonne, heliozentrisches Weltbild und so. Genau wie alle anderen Planeten sich auch um die Sonne drehen. So, und um das Sonnensystem herum gibt es natürlich noch jede Menge andere Sterne, die wir dann irgendwie als Sternenhimmel sehen. Sehen können wir die natürlich nur nachts. Tagsüber sind die auch da, aber die Sonne ist halt so hell, dass man die nicht sehen kann. So, und weil diese anderen Sterne jetzt im Vergleich zu den Planeten unseres Sonnensystems super weit weg sind, scheinen die sich untereinander nicht zu bewegen. Also der Abstand zwischen zwei Sternen, der bleibt gleich. Zumindest scheinbar. Scheinbar gleich. Klar, die bewegen sich natürlich ein bisschen, aber das sieht man nicht mehr, weil die Distanzen so groß sind. Und deswegen spricht man vom Fixsternenhimmel. Weil die Sterne eben wie fixiert am Himmel wirken. Und dann kann man sich dann so schöne Muster ausdenken, wie es dann früher auch gemacht wurde. Die Sternbilder. Ja, so und weil ja jetzt die Erde innerhalb eines Jahres ganz langsam um die Sonne, also naja langsam nicht, aber es dauert halt 365 Tage, bis sie um die Sonne herumgewandert ist, sieht es von der Erde gesehen quasi so aus, als würde die Sonne Stück für Stück ihre Position vor diesem Fixsternenhimmel verändern. Weil ja die Erde sich bewegt, das sieht dann so aus, als würde die da so entlang wandern. Also das würde man zumindest sehen, wenn man jetzt die Sonne ausknipsen könnte oder zumindest ganz stark dämen könnte. Dann könnte man halt sehen, wie im Laufe des Jahres die Sonne über diesen Sternenhimmel Hintergrund wandert. Also stell dir vor, du stehst in einer großen Kuppel in der Mitte, auf so einem Podest eine große Kugel, das wäre dann die Sonne. Und du läufst langsam in einigen Metern Abstand um diese Kugel herum. Dann ändert sich von dir aus gesehen die ganze Zeit der Hintergrund hinter dieser Kugel, weil du immer auf einen anderen Teil dieser Kuppel schaust. Und nichts anderes passiert eigentlich in unserem Sonnensystem. Wir bewegen uns um die Sonne herum, der Hintergrund ändert sich. Und deswegen wandert die Sonne scheinbar quasi aus unserer Position immer durch diese verschiedenen Sternbildern auf dieser Sonnenbahn. Man nennt das dann die Ekliptik, auf der sich die Sonne bewegt. Und die Sternbilder, die dann etwas oberhalb und etwas unterhalb dieser Ekliptik liegen, die nennt man darum die Ekliptik-Sternbilder. Und genau diese Beobachtung haben die Babyloner eben schon vor über zweieinhalb Tausend, vor dreitausend Jahren, glaube ich, ungefähr gemacht. Weil die Verwaltung der Stadt immer komplizierter wurde, haben sie einen Kalender erfunden und sich dabei dann an den Sternbildern orientiert. Das Jahr wurde in zwölf gleich große Abschnitte geteilt und dann mit den Sternbildern verknüpft, in denen dann so gesehen immer die Sonne zu dem Zeitpunkt stand. Und so entstand dieser Tierkreis, der sogenannte Sodiakreis, den wir heute noch kennen. Der beginnt immer am Frühlingsanfang, also 21. März, mit dem Widder. Und dann, das können wir nicht auswendig, muss das auch mal abhängen. Dann kommen Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Und dann geht das Ganze wieder von vorne durch. Das sind diese Tierkreiszeichen, die man eben von den Sternbildern abgeleitet hat und die die Sonne dann im Laufe des Jahres durchwandert. So, jetzt kommt aber der Clou, der uns vorher auch nicht bewusst war. Es ist nämlich so, dass die Sternbilder, vor denen die Sonne tatsächlich am Himmel steht und das Tierkreiszeichen laut Kalender überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben. Also ganz aktuell zum Beispiel, von Ende April bis Ende Mai, haben wir laut Kalender das Tierkreiszeichen Stier. Also wenn du jetzt geboren bist, bist du eigentlich Sternzeichen Stier. So, die Sonne steht gerade aber gar nicht im Tierkreiszeichen Stier, im Tierkreiszeichen Stier schon, aber nicht im Sternbild Stier, sie steht im Sternbild Widder. So, also das Tierkreiszeichen und das tatsächliche Sternbild, vor dem die Sonne steht, die sind nicht mehr identisch. Genau, und das liegt daran, dass diese Tierkreiszeichen schon vor über 2000 Jahren kalendarisch festgelegt wurden. Also mit den Sternbildern, so wie sie damals standen. Und das Ding ist, dass sich unser Nachthimmel im Laufe der Jahrhunderte bezogen auf die Jahreszeiten etwas verschoben hat. Die Jahreszeiten, die kommen ja dadurch zustande, dass die Erdachse gegenüber der Bahn um die Sonne ein bisschen geneigt ist. 23,5 Grad, für alle, die es genau wissen wollen. Und jetzt gibt es einen Effekt, der nennt sich Präzession. Wir steigen da jetzt mal nicht tiefer ein, weil sich das bildlich hier auch, selbst mit Kamera, nicht mehr gut erklären lässt. Ich brauche das so ein Modell jetzt irgendwie, was wir am Tisch stellen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Erdachse im Laufe der Jahrtausende so eine ganz langsame Kreiselbewegung durchführt. Und das hat zur Folge, dass sich der Punkt auf der Umlaufbahn um die Sonne, an dem die Jahreszeiten beginnen, also zum Beispiel der Frühling, die verschieben sich ganz langsam. Und damit natürlich auch die Position der Sonne vor diesem Fixsternhimmel zu diesem Zeitpunkt. Richtig. Und darum stimmen die Tierkreiszeichen im Kalender eben, die man vor über 2000 Jahren festgelegt hat und die tatsächlichen Sternbilder, die man heute sehen würde, nicht mehr überein. Was den Astrologen allerdings auch, sagen wir mal, herzlich egal ist, die sagen, es geht am Ende gar nicht um die Sternbilder, sondern es geht um das Tierkreiszeichen. So, wenn man so will, ist dieser Tierkreis oder dieser Sodiak heute damit tatsächlich eher sowas wie ein Kalender, der halt das Jahr in verschiedene Tierkreiszeichen unterteilt. Und völlig unabhängig von echten Sternbildern ist es, ja, wie soll man sagen, wie so ein geometrisches, wie ein Koordinatensystem, dass man wie so eine Schablone auf den Himmel gelegt hat und den verschiedenen Abschnitten dann halt Namen gegeben hat, Widerstier und so weiter, weil es vor über 2000 Jahren halt mal gepasst hat. War uns vor dieser Recherche, wie gesagt, auch überhaupt nicht bewusst und wir würden mal behaupten, vielen Astrologie-Fans, vielen Horoskop-Lesern vielleicht auch nicht so richtig klar. In der indischen Astronomie übrigens ist das anders. Da benutzt man immer noch die Sternbilder, die genau in dem Moment am Himmel stehen. Dadurch verschieben sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende natürlich so ein bisschen die, bezogen auf den Kalender dann, die Sternbilder. Im Ende ist es sehr kompliziert. Kalender und Geometrie und so weiter, wie gesagt, das wollen wir ja nicht vertiefen. Es ist ja aber dann auch irgendwo absurd, wenn es wie bei Palina heißt, folge deinen Sternen und am Ende geht es dann eigentlich gar nicht wirklich um die Sterne. Denn neben den Tierkreiszeichen, die ja das Jahr unterteilen und denen die Astrologen dann verschiedene Eigenschaften zuschreiben, geht es in der Astrologie ansonsten ja nämlich hauptsächlich um Planeten. Nämlich um die Planeten unseres Sonnensystems, die dann wegen ihrer eigenen Bahnen um die Sonne auch ihre Position am Nachthimmel verändern und so gesehen dann auch vor dem Tierkreis. Und das hat dann natürlich auch wieder jeweils eine Bedeutung. Also wenn zum Beispiel der Pluto ins Tierkreiszeichen Wassermann wechselt oder der Mars dann in die Waage. Das kann man dann deuten, was das bedeutet. Aber und das sei ja nochmal betont, der Mars steht dann nicht im Sternbild Waage, sondern nur im Tierkreiszeichen Waage. Was wiederum einfach nur eine abstrakte Positionsangabe ist letztendlich. Was zu der erstmal sehr wirren Schlussfolgerung führt, dass es wirklich egal ist, welche Sterne da gerade stehen am Nachthimmel oder überhaupt irgendwo. Es kommt eben nur auf die Position des Planeten an. Ja und wenn das alles, als ob das alles noch nicht genug wäre, gibt es ja nicht nur so Sachen wie das Sternzeichen, das ist eigentlich das Sonnenzeichen. Da guckt man, wo die Sonne gestanden hat. Es gibt auch noch so Sachen wie das Mondzeichen, also in welchem Tierkreiszeichen stand er eigentlich. Genau, der Mond bewegt sich ja auch vor dem Fixsternhimmel. Ja, dann gibt es auch vor diesem ehemaligen Tierkreis da. Dann gibt es auch den Aszendenten. Ja, das ist in dem Moment deiner Geburt, welches Tierkreiszeichen, nicht welches Sternbild, sondern welches Tierkreiszeichen ging in dem Moment am östlichen Horizont auf. Ja, es ist komisch. Vertiefen wir es, wie gesagt, nicht. Jedenfalls kann man auf Grundlage dieser ganzen Konstellation Sonne, Planeten, Mond und Tierkreiszeichen dann irgendwie Vorhersagen machen, gewisse Dinge ablesen. Zum Beispiel Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften von Menschen. Löwe, ich, starke Persönlichkeit, würde ich so unterschreiben. Großzügig, würde ich auch so unterschreiben. Krebs, freundlich, empfindsam. Interessant. Was man natürlich auch machen kann, man kann Vorhersagen treffen. Auf der Grundlage dieses Geburtssternzeichen und Aszendenten und so weiter. Dann kann man vorhersagen, was eintreten könnte oder zumindest was man aktuell tun oder lassen sollte. Also mal zum Beispiel Schütze, Aszendent, Jungfrau, beim rückläufigen Maß keine Schuhe kaufen, zum Beispiel. Aber dafür vielleicht mal einen Wechsel im Jobwagen. Oder Sternzeichen, Waage, Aszendent, Stier. Bei Venus im Steinbock. Das Thema neue Beziehungen vielleicht mal mit etwas mehr Leichtigkeit angehen. Gleichzeitig aber auf eine fettarme Ernährung. Zum Beispiel. Haben wir uns das ausgedacht? Wer weiß, vielleicht ist es auch die Wahl. Ihr werdet es nie herausfinden. Jetzt, bei X-Faktor. So, das unfassbar. Nee, aber jetzt, das klingt jetzt wie ein Spaß. Aber je nachdem, wo du guckst und wen du fragst, werden tatsächlich teils völlig unterschiedliche Dinge empfohlen. Also, was einfach daran liegt, dass es überhaupt keine einheitliche Lehre in der Astrologie gibt. Die einen Astrologen sagen, man könne Zukunftsvorhersagen machen. Und die anderen sagen, oh nee, das geht gar nicht. Das ist höchst unseriös. Da gibt es auch teilweise dann unterschiedliche Schulen oder Richtungen, die sich teilweise auch widersprechen. Wie gesagt, alleine schon, die indische Astrologie funktioniert nach völlig anderen Regeln als die westliche Astrologie. Können nicht alle gleichzeitig recht haben. Nee, das geht meist nicht. Und worin sich aber, und das ist jetzt eigentlich für uns wichtig, darauf konzentrieren wir uns jetzt in der weiteren Folge. Alle einig sind, der Stand der Sterne und Planeten, der hat direkt etwas damit zu tun, mit unserem Leben. Mit Ereignissen in unserem Leben und unseren Entscheidungen. Und ob da wirklich was dran ist, das schauen wir uns jetzt an. Auto schon wieder kaputt gegangen. Aber dafür zwei Euro beim Rubbel losgewonnen. Ich habe das Gefühl, dass bei den Planeten da gerade irgendwas gewaltig im Jange ist. Wir hatten im März ganz viele Veränderungen mit den großen Planeten. Aha, sag ich ja. Der Planet Pluto, der hat das Zeichen gewechselt und ist jetzt in den Wassermann gegangen. Das ist ein ganz großes Happening, ein Riesen-Event, ein Riesending. Das werden wir jetzt aber noch die ganzen nächsten Jahre spüren. Okay, wow, Pluto. Dann ist jetzt vielleicht doch endlich die Zeit, mein Geld in Diskettenlaufwerkhersteller zu investieren. Sowas können Sterne und Planeten doch beeinflussen, oder? Science Cops? Na klar, nicht der Marktregel, sondern die Sterne, wissen wir doch alle. Wenn das Christian Lindner wüsste. Investiere dein Geld gerne in Disketten, Markus. Ich habe da auch ein gutes Gefühl, oder? Spätestens, wenn der Jupiter im siebten Haus steht, dann wird das ein Fullmian-Comeback für diesen Datenträger sein. Nein, ich denke, wir bringen diesen Podcast dann auch einfach auf Diskette raus. Jede Folge 500 Disketten kannst du dir so als Box-Set jede Episode. Das kann man schön weiter verschenken, das kann man schön sammeln. Also, wenn es die Sterne so wollen, dann soll es auch einfach so sein, oder? Ich bin großer Fan, bin großer Fan. Was uns aber genau zu der Frage bringt, wie genau soll denn diese Grundannahme der Astrologie eigentlich funktionieren? Also, dieser Zusammenhang zwischen der Konstellation der Himmelskörper auf der einen Seite und Ereignissen, ja teils sehr konkreten Ereignissen, in unserem Leben auf der anderen Seite. Also, welcher Mechanismus steckt dahinter? Da gehen wir jetzt einfach mal ein paar Optionen durch, fragen als erstes wieder Paulina. Was jetzt aber gut ist, ist, dass die Sterne ja eigentlich immer nur unser Bestes wollen. Okay, gut. Also, Paulina Hruszynski sagt, also, die Sterne würden etwas für uns wollen. Was natürlich erstmal super nett von denen ist, oder wäre, wenn es so einen Willen der Sterne geben würde. Ich verzeihe das uns jetzt hoffentlich, wenn wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Denn die Vorstellung, dass gigantische Gebilde aus Gas oder aus Gestein oder Eis einen Willen haben und wirklich etwas für uns kleine Menschen auf der Erde wollen, das ist halt so abwegig. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber weitersprechen. Nein, zumal sie es vielleicht ja auch nur metaphorisch gemeint hat. Aber man weiß ja nie, jedenfalls können wir einen konkreten Willen von Himmelskörpern erstmal guten Gewissens ausschließen und uns der nächsten Option widmen. Und die liegt ja eigentlich ziemlich offenkundig auf der Hand. Es gibt da ja so eine Kraft, die dafür sorgt, dass Planeten um Sterne kreisen und Monde um Planeten. Und die nennt sich Gravitation, also die Schwerkraft. Ja, schön, die Auswirkungen der Schwerkraft von Mond und Sonne auf die Erde, die merken wir sehr direkt. Also vor allem, wenn du an den Küsten lebst, der Rhein hat jetzt nicht wirklich Gezeiten, zumindest nicht bei uns in Köln, da eher nicht. Aber wenn du zum Beispiel an der Nordsee wohnst, schön am Watt, dann siehst du natürlich, gibt es Ebbe und Flut. Also eine direkte Wirkung der Schwerkraft von der Sonne und natürlich in erster Linie dann auch vom Mond, der ja, wie man weiß, für die Gezeiten verantwortlich ist. So, und da sagen jetzt einige Astrologen, also, dass damit ja wohl mal klar wäre, wenn Himmelskörper einen Einfluss auf das Meer haben, dann müssen sie eigentlich ja auch einen Einfluss auf uns haben. Weil das wäre ja hochgradig ignorant, wenn man denkt, naja, der Lauf der Planeten beeinflusst Jahreszeiten, Ebbe und Flut, aber wir Menschen sind komplett außen vor. Ja, das wäre ja total ignorant. Voll, also da sagt übrigens auch Palina Ruszynski hier im Interview, Zitat, es gibt die Planeten, es gibt den Mond. Und der macht die Gezeiten. Ob die Gezeiten da nun dran glauben oder nicht. Gut, jetzt ist es ja doch immer noch ein kleiner qualitativer Unterschied, ob jetzt der Mond dafür sorgt, dass das Wasser an den Küsten steigt oder fällt oder ob er die Kurse meines Aktiendepots direkt beeinflusst. Oder dein Glück in der Liebe. Ja, mein Beziehungsstatus vorher bestimmt oder was. Ja, also inwiefern die Schwerkraft derart konkret auf die Ereignisse unseres Handels einwirken soll, das ist uns ehrlich gesagt ziemlich schleierhaft. Ich meine gut, wenn du jetzt mit deiner Freundin eine Wattwanderung machst und hast jetzt nicht Ebbe und Flut berechnet und dann säuft da einer von euch beiden ab, dann hat das natürlich direkt Auswirkungen auf deinen Beziehungszustand. Ich glaube aber, das ist hier nicht gemeint, wie man damals eingestellt hat. Ja, aber mal abgesehen davon müssen wir natürlich auch schauen, ob denn die Schwerkraft anderer Himmelskörper überhaupt irgendeine Relevanz für uns hier auf der Erde hätte. Denn wir reden ja nicht nur über Mond, Sonne, sondern von Planeten, also Jupiter, Venus, Mars, Neptun oder möglicherweise sogar von Sternen, die sehr, sehr, sehr weit von uns weg sind. Also hätte denn deren Schwerkraft für uns noch wirklich eine Relevanz? Können wir ja mal prüfen. Wir erinnern uns jetzt einfach an die klassische Mechanik nach Isaac Newton. Wer das noch so grob im Kopf hat, wir haben auch nochmal nachgeguckt natürlich, der weiß, dass die Gravitationskraft vom Quadrat der Entfernung zweier Körper abhängig ist. Und zwar im Nenner. Das bedeutet, wenn ich den Abstand zwischen zwei Himmelskörpern verzehnfache, dann beträgt die Gravitationskraft hinterher nicht mehr nur ein Zehntel, sondern ein Hundertstel der Ursprünglichen Kraft. So, jetzt ist uns der Mond mit 384.000 Kilometern so im Schnitt noch relativ nah. Nehmen wir aber mal zum Beispiel den Merkur, der ja wegen seiner Rücklaufigkeit uns immer wieder Ärger macht, wie wir das aus den Horoskopen kennen. Der Merkur ist im besten Fall etwa 75 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist der kürzeste Abstand. Jetzt ist der Merkur zwar rund viereinhalb Mal so schwer wie der Mond, aber aufgrund der großen Entfernung beträgt die Anziehungskraft zwischen Erde und Merkur nur noch ein Zehntausendstel der Anziehungskraft zwischen Erde und Mond. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Und wenn wir dann mal ins äußere Sonnensystem schauen, haben wir zum Beispiel den Neptun, der in der Astrologie für die Inspiration steht. Inspiration kann man immer gebrauchen, vielleicht auch bei solchen mathematischen Rechnungen. Der Neptun ist, wenn er uns am nächsten ist, 4,3 Milliarden Kilometer entfernt. Das kannst du im Elektroauto nicht fahren. Ne, das ist verdammt weit weg. Der ist zwar auch 1400 Mal so schwer wie der Mond, aber eben wegen dieser großen Entfernung bleibt am Ende nur noch ein Hunderttausendstel der Anziehungskraft im Vergleich zum Mond übrig. Das ist das, was man als Physiker gerne als vernachlässigbar bezeichnet. Das ist de facto also quasi nichts. Ja, und da brauchen wir dann über Pluto, der ja eigentlich auch gar kein Planet mehr ist, aber in vielen Horoskopen nach wie vor vorkommt. Über den müssen wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Und ja, dann Sterne, die teils hunderte Lichtjahre entfernt sind, von denen müssen wir da auch nicht mehr reden. Also deren Gravitationskraft auf der Erde, die ist zwar nicht null. Die Gravitationskraft wird nie null. Die nähert sich halt, man sagt asymptotisch, quasi der Null an mit zunehmender Distanz. Wird aber nicht null. Das ist trotzdem aber derart verschwindend, dass sie eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wie gesagt, selbst wenn wir da noch über winzige Schwerkrafteffekte sprechen würden, wie genau sollen diese winzigen Schwerkrafteffekte so konkret auf das Leben einzelner Menschen wirken und dann so große Dinge im Leben von Menschen bewirken, wie das, was die Astrologie ja immer wieder verspricht? Also wie soll das gehen? Gar nicht vermutlich. Und ich denke, deswegen können wir die Schwerkraft auch relativ einfach und, ja, können wir streichen, oder? Sollten wir streichen. Guten Gewissens. Aber es ist ja immer so, wenn du dann in den Bereich des Unmöglichen und Unplausiblen gehst, dann bedienen sich die Vertreter dieser Theorien gerne bei den Erklärungsversuchen, ja, sagen wir mal, den Grenzbereichen der modernen Physik. Bei der einen oder anderen Heilmethode wird ja gerne mal die Quantenmechanik dann so Quantenphysik rangezogen. Wir würden sogar mal behaupten, dass die Quantenphysik am allermeisten Erwähnung findet in den Kreisen von irgendwelchen Pseudowissenschaftlern, von Parawissenschaftlern, die damit ihre absurden Gedankengänge irgendwie erklären wollen. Am Ende war es immer die Quantenphysik. Die armen Physiker, ne? Ja, wenn du irgendwie deiner komischen Theorie so einigermaßen plausiblen Anstrich verleihen willst, dann sagst du, ne, Wart, Quantenmechanik, weil die sind halt noch nicht so richtig erkannt, diese Effekte. Und es ist immer ganz bequem, die Erklärung für irgendwelche bescheuerten Behauptungen in Bereiche der Wissenschaft zu schieben, wo man vielleicht einfach wirklich noch nicht so alles verstanden hat. Ja, man macht sich da mit schönen, schlanken Fuß, ne? Und so macht das auch der ein oder andere Astrologe oder die ein oder andere Astrologin, die dann mit Gravitationswellen um die Ecken kommen. Also Gravitationswellen als Erklärung, Gravitationswellen, das sind Wellen in der Raumzeit, die jede beschleunigte Masse erstmal grundsätzlich auslöst. Und da heißt es dann, dass Menschen darauf möglicherweise besonders sensibel reagieren würden. Also diese Gravitationswellen irgendwie besonders gut wahrnehmen könnten und daraufhin treten dann die entsprechenden vorhergesagten Effekte ein. Dazu muss man sagen, dass die Existenz solcher Gravitationswellen überhaupt erst 2015 entdeckt beziehungsweise in einem Experiment direkt nachgewiesen werden konnte. Vorhergesagt ja schon vor über 100 Jahren von Einstein, aber jetzt erst quasi nachgewiesen. Und zwar ging es ja um die Kollision von zwei schwarzen Löchern, gigantischen Massen, die dann mit einer hochkomplexen Messtechnik detektiert werden konnten. Wohlgemerkt nicht von irgendwelchen feinfühligen Astrologen, die gedacht haben, ich kriege Gänsehaut, die schwarzen Löcher. Das waren Astrophysiker, die auch einen Nobelpreis dafür bekommen haben. Richtig. Keinen Nobelpreis für Astrologie. Und das ist genau das Ding. Also die Hauptquelle von solchen Gravitationswellen sind sehr massereiche Objekte. Also mit einer großen Beschleunigung. Wir reden hier von Objekten wie der Masse von Sternen, die gleichzeitig aber sehr kompakt sind. Zum Beispiel Pulsare. Das sind massenreiche Neutronensterne, die sich bis zu 500 Mal pro Sekunde um sich selbst drehen. Oder kollidierende schwarze Löcher eben. Oder explodierende Sterne, irgendwelche Supernova. Also wie gesagt, es sind einfach gigantische Massen, die du brauchst, um sowas überhaupt detektieren zu können. Also nix Merkur oder Pluto. Die erzeugen so gesehen zwar auch Gravitationswellen, aber das ist derart verschwindend. Und da von Effekten auf den Menschen zu sprechen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend gesagt, an den Haaren herbeigezogener, unfassbarer Blödsinn. Also wenn es Wissenschaftlern mit größtem technischem Aufwand überhaupt nur gelingt, diese winzigen Gravitationswellenausschläge zweier schwarzer Löcher, die aufeinanderknallen, zu detektieren, dann zu behaupten, die Gravitationswellen des rückläufigen Merkurs würden sich ungünstig auf meinen Autokauf auswirken, das ist wirklich derart anmaßend und dumm, dass einem dazu eigentlich nichts mehr anfällt. Wobei man dann fairerweise schon dazu sagen muss, das sind echt nur wenige Astrologen, die jetzt irgendwie die Gravitationswellen als Erklärung anführen. Ich würde mal behaupten, dass mindestens 99% der Astrologen, auch wenn angeblich die Astrologie ja eine Wissenschaft ist, vermutlich noch nicht mal so richtig genau wissen, was Gravitationswellen sind, beziehungsweise sie irgendwie erklären könnten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wir können auch da festhalten, weder Gravitationswellen noch die Gravitationskraft selbst kommen irgendwie als Wirkmechanismus astrologischer Zusammenhänge irgendwie in Frage. Und es gibt ja noch ein weiteres Problem. Wenn ich von solchen physikalischen Zusammenhängen ausgehe, ob realistisch oder nicht, dann müsste ich ja ehrlicherweise auch alle Himmelskörper dann berücksichtigen. Also alle. Alle. Oder zumindest erklären, warum manche der Objekte in unserem Sonnensystem jetzt wichtig sind und andere einfach ignoriert werden können. Ja, müsste man, wenn es sich um ein halbwegs logisches System handeln würde. Das ist aber in der Astrologie völlig willkürlich. Also es wird da tatsächlich total abenteuerlich. Ja, also der Astronom Florian Freistetter, der hat vor ein paar Jahren mal so einen sehr, sehr schönen Blog-Eintrag geschrieben, warum Astrologie aus astronomischer und logischer Sicht gar nicht funktionieren kann. Und zwar, weil es eben überhaupt kein nachvollziehbares System gibt, welche Planeten und andere Objekte ich denn jetzt in meinen Horoskopberechnungen irgendwie aufnehme. Ja, nehmen wir mal die Planeten Uranus und Neptun zum Beispiel. Die spielten bis zu ihrer Entdeckung im 18. und 19. Jahrhundert in der Astrologie natürlich gar keine Rolle. Die hat man aber offenbar auch nicht wirklich vermisst. Ja, ging ganz gut ohne, obwohl sie ja die ganze Zeit da waren. Die sind ja nicht am Tag ihrer Entdeckung plötzlich aufgeploppt in unserem Sonnensystem. Seitdem sind sie dann tatsächlich ja auch Teil der Horoskope. Und sich fragt, hä, warum? Also wie soll das denn passen? Dann muss ja entweder vorher alles falsch gewesen sein oder danach. Also Sinn ergibt das nicht. Ne, das ergibt keinen Sinn. Vor allem, wir können ja mal hier in dem Buch nachgucken. Hier schreibt sie auch, Paulina Roszynski schreibt hier über den Mond. Du siehst ihn nicht immer, aber er ist immer da. Der Mond, der fünftgrößte Planet unseres Sonnensystems, ist der Herrscher unserer Gefühle, bla 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 bla. Dann geht das irgendwie weiter und dann fragt man sich erstmal einen Moment, was ist der Mond? Der fünftgrößte Planet unseres Sonnensystems. Selbst wenn er ein Planet wäre, wäre er glaube ich in unserem Sonnensystem nicht der fünftgrößte. Also die Erde ist größer, der Mars ist größer. Neptun, Uranus. Uranus, Saturn, Jupiter erst recht. Also das versteht man nicht. Warum der Mond einbezogen wird, von den Zwergplaneten sowieso nur Pluto einbezogen wird. Nicht aber Eris oder Ceres. Wobei Ceres sogar viel näher ist, als Pluto eigentlich eine Kraft dann vielleicht auf uns auslösen würde. Von den ganzen Asteroiden in unserem Sonnensystem ist überhaupt keine Rede. Da gibt es zwar auch Astrologen, die einzelne Asteroiden berücksichtigen. Meistens spielen die aber keine Rolle. Obwohl die je nach Flugbahn für uns auf der Erde relevanter sein könnten als ein Zwergplanet weit draußen im Sonnensystem wie der Blutung. Ja oder auch die ganzen Monde von Jupiter oder Saturn. Auch die finden keine Berücksichtigung. Das ist in der Astrologie offenbar scheißegal. Also dass die Planeten auch völlig unterschiedliche Größen und Entfernungen haben. Auch das ist mehr oder weniger irrelevant. Die haben alle quasi die gleiche Bedeutung. Der Astronom Florian Freistetter beschreibt das sehr schön. Darum zitieren wir hier jetzt einfach mal. Die Astrologie kann nun natürlich aus rein praktischen Gründen nicht alle Planeten, Zwergplaneten, Monde oder Asteroiden berücksichtigen. Da sie aber auch keine konkreten Regeln zur Auswahl anbieten kann, welche Objekte wann zu verwenden sind und wann nicht, erweist sich diese Lehre im Prinzip als arbiträr. Arbiträr, ein schönes Wort, was so viel heißt wie willkürlich oder beliebig. Also die Lehre der Astrologie ist am Ende völlig willkürlich oder beliebig. Ja, jetzt sind die Astrologen aber trotzdem ja nicht ganz dumm. Zumindest wenn man mal beim Deutschen Astrologenverband schaut, das haben wir natürlich gemacht, die sagen nämlich, ne mit Gravitation oder Gravitationswellen oder irgendwelchen anderen physikalischen Phänomenen, Gesetzmäßigkeiten, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, das würde gar nicht ausreichen, um die, Zitat, um den komplexen kosmisch-irdischen Zusammenhang im Sinne der Astrologie umfassend beschreiben zu können. Die sagen nämlich, welcher Natur dieser Zusammenhang zwischen Planeten und Sternen und Leben auf der Erde sei, lasse sich beim heutigen Wissensstand gar nicht entscheiden. Beim heutigen Wissensstand nicht entscheiden. Das ist so ein ganz beliebter Trick, den ihr als Hörerinnen und Hörer dieses Podcast ja auch schon kennt. So ein echter Science-Gobbs-Klassiker. Wenn man so will, also wenn man gar keinen Plan hat, wie das, was man vollmundig behauptet, funktionieren kann, dann muss man einfach mit folgender Stanze kommen. Ja, da ist die Wissenschaft halt noch nicht so weit. Oder es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Ihr könnt das auch schon alle mitsprechen. Würde in diesem Fall tatsächlich auch super passen. Ja, in dem Fall tatsächlich, ja. Meistens ist, wenn jemand sowas sagt, ist das schon ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass man das, worum es geht, getrost in die Tonne treten kann. Wobei der Deutsche Astrologenverband ja dann doch noch mit einer Erklärung um die Ecke kommt für die angeblichen Mechanismen der Astrologie. Und zwar schreiben sie, ein wichtiger Erklärungsansatz ist das von C.G. Jung und Wolfgang Pauli beschriebene Phänomen der Synchronicität, wonach die Übereinstimmung von äußerem Geschehen und innerem Vorgang nicht kausal, sondern sinnhaft verknüpft ist. Synchronicität. Es klingt zumindest schon mal wissenschaftlich, ne? Das ist richtig. Und dann auch noch so große Namen. Ja, Carl Gustav Jung, Begründer der analytischen Psychologie. Und Wolfgang Pauli, Quantenphysiker. Da haben wir es wieder. Und Physik-Nobelpreisträger. Dann muss es ja stimmen. Dann muss es ja stimmen. Also wenn solche Wissenschaftler daran beteiligt waren, mit Synchronicität, meint Jung, wenn zwei Ereignisse relativ zeitnah aufeinander folgen, die zwar über eine Kausalbeziehung miteinander nicht verknüpft sind, aber vom Betrachter doch irgendwie als verbunden miteinander wahrgenommen werden. Also nicht ursächlich verbunden, sondern so sinnhaft. Machen wir mal ein Beispiel. Du liegst auf der Couch im Wohnzimmer und träumst davon, du würdest fliegen und in dem Moment kommt ein Vogel bei dir reingeflattert ins Wohnzimmer. Da würde jetzt Jung sagen, aha, das ist Synchronicität. Das ist jetzt natürlich nicht die Ursache, dass du träumst, nicht die Ursache dafür, dass der reinkommt, aber das ist irgendwie sinnhaft miteinander verbunden. Du denkst ans Fliegen, dann kommt der Vogel rein. Wir würden vielleicht sagen, hast halt das Fenster aufgelassen und dann war Zufall, dass der Vogel reinkommt. Aber Carl Gustav Jung würde sagen, nee, da ist irgendwas verknüpft. Man muss dazu wissen, dass Carl Gustav Jung Mystiker war und generell auch ein Faible für magische Dinge hatte. Also der Mensch als magisches Wesen irgendwie in Verbundenheit mit seinen Ahnen. Also so rationales Denken muss sich der Mann jetzt nicht zwingend vorwerfen lassen. Also jedenfalls nutzen auch Astrologen übrigens seitdem ganz gerne diesen Begriff der Synchronicität oder zumindest die Idee dahinter. So wie diese Astrologin hier im Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24.tv. Viele Menschen meinen und das ist ja auch so ein Thema, was vielleicht die Astrologie so ein bisschen bei manchen rationalen Menschen so in kritische Betrachtungsweise gebracht hat, dass viele meinen, die Planeten würden uns beeinflussen, aber das tun sie überhaupt nicht. Vielleicht kennst du auch dieses Lebensgesetz wie oben so unten oder Schicksalsgesetz. Und so wie zum Beispiel deine Armbanduhr die Quantität der Zeit abbildet und ja nicht die Quantität der Zeit macht, so bildet dieser Kreis des Horoskops, zum Beispiel des Geburtshoroskops, nur die Qualität der Zeit ab. Also Zeit hat nicht nur eine Quantität, dass man nachschauen kann, wie spät ist es gerade und welchen Tag haben wir heute, sondern die Zeit hat auch eine Qualität. Diese rationalen Menschen sind übrigens auch wir gemeint, glaube ich. Andererseits sind da nicht zugänglich. Bedeutet das, dass sie Leute, die an Astrologie glauben, als irrational bezeichnet? Nein, das ist natürlich kein logischer, zulässiger Schluss an dieser Stelle, aber ja, wie oben so unten. Ja, das hat sie gesagt, das ist das Gesetz. Kannte ich jetzt noch nicht. Die Idee auf jeden Fall, Sterne und Planeten sind nicht die Ursache für das, was auf der Erde passiert, aber sie zweigen quasi bestimmte Zustände an. Es passiert halt gleichzeitig. Und daran kannst du quasi ablesen. Deine Uhr macht nicht die Zeit, aber du kannst an der Uhr ablesen, wie viel Uhr es ist. Genau, und wenn Saturn im Wassermann ist, dann ist das nicht die Ursache dafür, dass mein Haus abbrennt. Es passiert halt einfach nur gleichzeitig und man kann an Saturn ablesen, dass mein Haus abbrennt. Wenn man dann mal so ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt man, wie bescheuert das eigentlich ist. Ja. Es müsste dann ja zumindest irgendwie eine gemeinsame Ursache dafür geben, dass zum einen die Sterne so stehen, wie sie stehen und zum anderen aber auch mein Haus abbrennt. Denn dieser wissenschaftlich daherkommende Begriff der Synchronicität, der ist ja allein mitnichten irgendeine Erklärung für irgendwas. Ja, also das ist vor allem keine Erklärung für diese angeblichen Zusammenhänge in der Astrologie. Denn genau genommen heißt Synchronicität ja nichts anderes als Korrelation, also ein zeitlicher Zusammenhang, sagt Jung übrigens auch selber, ja, Korrelation zwischen äußeren und inneren Tatsachen. Also wirklich nur ein zeitlicher Zusammenhang, mehr nicht ein zeitlicher Zusammenhang, in dem der Astrologe oder im Falle der psychoanalytischen Behandlung dann der Patient einen Sinn oder eine Bedeutung nachträglich hinein interpretiert, ja. Also der Vogel, der durchs Fenster kam, während du ans Fliegen dachtest, das ist dann ein Zeichen gewesen. Ja, also es bedeutet Synchronicität oder oben wie unten oder was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, das sind keinerlei kausale Erklärungen für das angebliche Zusammenspiel von Sternen und unserem Leben. Auch wenn es irgendwie hochtrabend klingt, es ist halt... Science-Washing ist das ehrlicherweise. Ja, es klingt schön, man denkt im ersten Moment, oh, das hört sich aber unheimlich intelligent an, was die Frau da gerade sagt. Und wenn man dann genauer darüber nachdenkt, fällt einem auf, nee, es ist eigentlich ziemlich viel heiße Luft. Die Astrologinnen und Astrologen haben nicht den Ansatz einer halbwegs brauchbaren Erklärung eines Mechanismus oder was auch immer, warum das mit den Sternen und den Planeten alles so funktionieren soll, wie es das ja angeblich tut. Gut, physikalische Kräfte können es nicht sein. Und das Einzige, was sie anbieten, ist der Begriff dieser Korrelation. Das ist aber eben keine Erklärung. So, und darüber hinaus gibt es dann nur noch, ja, ist eben so. Ja, genau. Ja, Wissenschaft, kann man gar nicht so richtig erklären. Dagegen wirkt ehrlicherweise selbst die Homöopathie, von der wir ja bekanntermaßen nicht so richtig viel halten, wie eine ernstzunehmende Wissenschaft. Dass wir das sagen, will schon echt was heißen. Und das eigentlich Schöne ist jetzt aber, dass für Horoskope und für die Astrologie letztlich eigentlich das Gleiche gilt wie für Medikamente, ne? Also für irgendwelche neuen Medikamente oder Therapien. Denn man muss ja gar nicht wirklich wissen, wie sie funktionieren, wie genau der Mechanismus ist, was die Kräfte da sind. Wir müssen gar nicht wirklich wissen, wie die Sterne und Planeten eine besondere Wirkung auf den Menschen entfalten. Man kann trotzdem prüfen, ob sie es denn überhaupt tun. Genau, man kann ja einfach schauen, ob so Horoskope tatsächlich eintreffen. Und ob die zahlreichen Persönlichkeitszuschreibungen, die die Astrologie den einzelnen Sonnenzeichen und Aszendenten und was auch immer gibt, und ob die auch wirklich zutreffen. Ei, 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 das klingt ja alles nicht besonders gut. Aber am Ende ist es ja vielleicht auch egal, wie die Sterne wirken, solange sie nur wirken. Zum Beispiel so. Am Freitag erhält unsere Unbeschwertheit dann einen kleinen Dämpfer. Nach dem beziehungsbetonten Vollmond der letzten Woche, der Herausforderungen in unserem Liebesleben und in unseren Freundschaften aufzeigte, warten jetzt einige schwierige Entscheidungen und wichtige Lektionen auf uns. Auch so manche Illusion könnte in diesen Tagen entlarvt werden. Und das mit den Herausforderungen in der Freundschaft stimmt ja schon ein bisschen. Die Science Cops waren in letzter Zeit wirklich ganz schön fies zu mir. Zerbricht da etwa die Illusion, dass wir Freunde sind? Also Markus, Freunde ist jetzt vielleicht wirklich ein sehr großes Wort. Kollegen, ja sagen wir sehr gute Kollegen, voller Respekt für die gegenseitige Arbeit. Ich glaube, du machst nur schlimmer. Darum schnell zurück zum Thema der Zukunftsvorhersage. Also das, was Palina ja da die ganze Zeit erzählt, das ist ja relativ schwammig. Es geht aber ja auch noch deutlich konkreter in der Astrologie, in den Vorhersagen. Und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat der Astrologe Martin Banger Ende 2021 mal die Sterne gelesen und geschaut, was 2022 so passieren wird. Wir zitieren jetzt mal. Da steht, aus Sicht der westlichen Astrologie erscheint 2022 auf den ersten Blick ruhiger zu verlaufen als die vergangenen zwei Jahre. Spannungsaspekte, wie sie 2020 und 2021 vorlagen, gibt es jetzt nicht. Nur Jupiter und Neptun bilden im April eine Konjunktion, die man nicht als harten Aspekt bezeichnen kann, da beide Prinzipien miteinander kooperieren. Unter diesem Treffen werden häufig Friedensabkommen geschlossen. So, wie war das nochmal Anfang 2022? Kiew in den Morgenstunden. Sirenengeheul. Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da. Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen. So, Friedensverhandlung. Okay. Aber genau solche astrologischen Vorhersagen gibt es ganz schön viele. Die GWUP, das ist diese Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die überprüft sowas regelmäßig und schaut dann, ob diese Vorhersagen der Astrologen oder auch von anderen Wahrsagern, ob die denn tatsächlich wahr geworden sind. Und was ganz wichtig ist, sie unterscheiden dabei auch die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse, die vorhergesagt werden. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Wahrsager sagen würde, 2022 passiert irgendwas Schlimmes, dann wäre die Eintrittswahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, als wenn er oder sie jetzt konkreten Massenaufstand in Köln-Lindenthal vorhersagen würde. Das ist ein bisschen konkreter. Ja, vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlicher. Wenn euch diese Berichte und Analysen interessieren, wir verlinken sie euch natürlich bei uns auf der Webseite und hier auch unter diesem Video oder unter dem Podcast. So, den Ukraine-Krieg 2022, so die Kurzfassung dieses Berichtes der GWUP, den hatte niemand auf dem Schirm. Zum Teil wurde ein Krieg sogar auf Basis der Sterndeutung explizit ausgeschlossen. Ja, darüber hinaus existieren aber ja noch ein paar weitere Analysen und wir machen das jetzt einfach mal kurz. Konkrete Vorhersagen haben wirklich eine miserable Trefferquote. Wenn mal Vorhersagen eintreffen, dann diejenigen, die wirklich sehr abstrakt und schwammig sind und man im Nachhinein einfach total viele Dinge da hineininterpretieren kann. Ja, da gibt es auch die eine oder andere Studie, die das untersucht hat, verlinken wir euch auch. Bei der Vorhersage von konkreten Ereignissen ist die Astrologie also schon mal nicht so richtig gut beziehungsweise richtig schlecht. Nun sagen allerdings auch viele Astrologen, dass andere Astrologen, die behaupten, richtige Prophezeiungen treffen zu können, dass die unseriös werden. So schreibt der österreichische Astrologenverband zum Beispiel, anlässlich der zu erwartenden Nachfrage an Prognosen zum bevorstehenden Jahreswechsel weist die Berufsgruppe der Astrologen in der Wiener Wirtschaftskammer darauf hin, dass astrologische Prognosen konkreter Ereignisse seriös nicht möglich sind. Vielmehr könne man aber sagen, so schreiben sie, wann die richtige Zeit für etwas ist. Also Zitat, Sterne zwingen nicht, sie machen nicht einmal geneigt, sie geben aber Auskunft über das, was die Zeit erlaubt. Ja, moderne Astrologie kann daher Expertisen für individuelle Zeitqualitäten liefern und feststellen, wann für wen wofür der richtige Zeitpunkt zu erwarten ist, in welcher Form diese Zeitpunkte genutzt werden, obliegt immer der Entscheidung des Einzelnen. Zeitgemäße Astrologie schafft Entscheidungsgrundlagen und Wahlmöglichkeiten. Ja, das ist dann zwar sehr beliebig erklärt, aber solche Sätze von Palina Roszynski wie? Wobei, die Haare schneide ich mir schon, wenn Neumond ist. Ja, also nur bei Neumond, die genaue Erklärung wäre jetzt auch nochmal interessant. Gibt es nicht. Und sind jetzt in diesem Zusammenhang aber auch keine Studien bekannt, die mal untersucht hätten, ob Menschen, die den Empfehlungen von Astrologen folgen, mit diesen Entscheidungen am Ende glücklicher oder unglücklicher sind als Menschen, die das nicht tun. Ja, wäre mir jetzt auch nicht bewusst. Aber zumindest beispielhaft könnte man ja mal auf solche Momente schauen, in denen man manche Dinge tun oder vielleicht auch nicht tun sollte. Wegen zum Beispiel dem rückläufigen Merkur. Wir haben jetzt den Kanal gestartet, obwohl es eigentlich laut rückläufigem Merkur kein so richtig gut ist. Und wegen dieser Sonnenfinsternis. Und wir haben eigentlich den falschen Zeitpunkt da getroffen. Wir hätten also besser gewartet, dann wären wir vielleicht noch wesentlich erfolgreicher geworden. Man soll übrigens auch keine finanziellen Verträge abschließen oder überhaupt Verträge abschließen in dieser Zeit. Und es ist gleichzeitig auch die Zeit der finanziellen Verluste. Ist das so? Ja, also angeblich ist das so. Also gut, dieser rückläufige Merkur, dazu muss man sagen, das klingt komisch, ne? Also was ist denn da rückläufig? Der Merkur läuft ja jetzt nicht am Himmel auf seiner Bahn um die Sonne. Mach mal. Mal fährt er ein bisschen in die Richtung. Dann denkt er sich, ich fliege quasi wieder zurück. Das wäre auch absolut schräg. Stell dir mal vor, die Planeten unseres Sonnensystems könnten so willkürlich überlegen, ne, ich drehe mich jetzt mal ein, die andere Richtung. Was da los wäre? Ja, also mir das auch physikalisch zu erklären ist. Das ist am Ende natürlich nur eine optische Illusion, ne? Also die auch bei den anderen Planeten tatsächlich immer wieder vorkommt. Das ist aber astrologisch gesehen einfach gar nicht schlimm. Bei den anderen Planeten jetzt, warum auch immer? Eine Erklärung dafür gibt es nicht wirklich. Ja. Naja, man kann ja zumindest mal testen, ob der Merkur tatsächlich diesen Effekt hat. Also diese negativen Auswirkungen. Finanzielle Verluste. Ganz konkret am Beispiel von finanziellen Verlusten kann man das mal sich anschauen. Und haben Forscherinnen und Forscher aus Australien, China und den USA tatsächlich 2021 auch gemacht. Vorsicht, das ist eine Pre-Print-Studie. Das heißt, die ist noch nicht veröffentlicht, nicht geprüft worden. Die ist aber trotzdem sehr interessant, deswegen schauen wir uns die mal an. Ja, genau. Wenn man in diese Studie mal reinschaut. Also die Forscher haben die Finanzmärkte analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Gewinne zu Zeiten des rückläufigen Merkurs tatsächlich geringer sind. Und zwar um 3,22%. Ja, dann ist es doch. Das ist der Beweis. Der rückläufige Merkur hat ganz, ganz schlimme Folgen. Ja, nicht wirklich. Denn die Forscher sagen auch, dass sie keine allgemeinen, konkreten Effekte auf das Verhalten der Menschen sehen konnten. Sondern nur bei einigen wenigen Astrologiegläubigen, die ja, weil sie glauben, dass es schlecht sei, zur Zeit des rückläufigen Merkurs zu investieren, dass sie deswegen auch weniger investiert haben. Ja, und sich dadurch Effekte halt natürlich dann auch auf dem Markt ergeben. Das ist dann, wenn man so will, eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Also, weil sie glauben, man sollte das nicht tun, handeln sie entsprechend auch danach. Das war jetzt nicht der Merkur selber, der da zurückgelaufen ist und gesagt hat, so, die Aktienkurse drücke ich jetzt mal nach unten. Also, das ist einfach nur, genau, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und die Forschenden, die schließen dann solche vom Glauben unabhängigen Effekte aus, weil sie gesehen haben, dass dieser Effekt der zurückgefahrenen Gewinne in den Ländern, in denen dieser Glaube an diesen rückläufigen Merkur keine so große Rolle spielt, dass der Effekt da auch einfach kleiner wird. Also, zum Beispiel in Vietnam, da spielt der rückläufige Merkur keine Rolle. Das ist eher so ein Ding der westlichen Astrologie. Also siehst du auch in den Finanzmärkten keine Unterschiede. Das ist jetzt auch kein so richtig gutes Ergebnis für die Astrologie. Und ob jetzt der Neumond wirklich der richtige Zeitpunkt zum Haare schneiden ist, das ist vielleicht auch nochmal Thema für eine eigene Folge, in der wir uns mal mit dem Mondkalender befassen, haben sich auch viele von euch gewünscht. Was ist da eigentlich dran? Wir haben aber ja noch einen anderen großen Themenkomplex vor uns. Ja, und zwar den, der auch wirklich den Großteil dieses Buches von Paulina Ruszynski dann ausmacht. Und zwar die Zuschreibung von gewissen Charaktereigenschaften zu Sonnenzeichen, Aszendenten und so weiter und so fort. Ja, sie geht da zum Teil wirklich sehr ins Detail. Wir gucken mal ein schönes Beispiel zum Löwen. Also mein Sonnenzeichen. Dein Sonnenzeichen, dein Tierkreiszeichen deiner Geburt. So, und da schreibt jetzt Paulina in ihrem Buch, Löwen wollen und müssen erschaffen. Sie möchten Unmögliches erreichen. Wenn es heißt, das schaffen wir nicht, werden erst recht ihr Spieltrieb und Kampfkreis geweckt. Sie brauchen dafür nur ein echtes Ziel und einen guten Zweck. Mhm, ja. Weiß ich nicht, ob das auf mich zudrückt. Kann ich jetzt nur so auf Anhieb gar nicht sagen. Sie erzählt solche Dinge ja aber auch gerne im Fernsehen. Also hier zum Beispiel macht sie klare Aussagen über den Charakter ihres Weggefährten Klaas-Häufer-Umlauf. Bei dem hat man übrigens, wenn man sich dieses Video anschaut, immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass er das auch für Mumpel zählt. Ja, wir schauen mal rein. Dein Sternzeichen ist ja Jungfrau. Ja. Die Jungfrau ist sehr praktisch veranlagt. Ja. Und die Jungfrau mag es gerne, alles einzuordnen, alles zu sortieren, alles in eine Box zu packen. Das heißt nicht, dass sie unbedingt ordentlich ist zu Hause und immer aufräumt und putzt. Aber die Jungfrau mag es sehr gerne, so ein Archiv in ihrem Kopf zu haben. Mhm. Nehmen wir mal für einen Moment an, das wäre wirklich so. Dann müsste man ja eigentlich das alles auch recht eindeutig zuordnen können. Also man müsste mehr oder weniger eindeutige Zuordnung von Persönlichkeitsmerkmalen zu den Geburtshoroskopen machen können. Und genau das haben Forscherinnen und Forscher ja auch schon wiederholt versucht. Ja, genau so ist es. Und eine bekannte Studie dazu wurde 1985 im Magazin Nature veröffentlicht. 30 Astrologinnen und Astrologen wurden gebeten, Geburtshoroskope für 116 Menschen zu erstellen, denen sie nie begegnet waren. Also alleine aufgrund wo und wann sind die geboren, durften die dieses Natalchart irgendwie erstellen. So, und dann kam der Clou, sie bekam Persönlichkeitsbeschreibungen zu den 116 Personen, aber nicht nur eine, sondern drei. Einmal die richtige, die zu der Person gehörte und zwei andere, die irgendwie zufällig aus diesem Pool aus Persönlichkeitsbeschreibungen ausgewählt worden sind. So, und dann sollten die Astrologinnen und Astrologen sagen, welche der Persönlichkeitsbeschreibungen denn auf die Personen, die sie da vorher per Natalchart kategorisiert hatten, zutreffen würden. So, und die Trefferquote lag bei, kurzer Trommelwirbel, ungefähr einem Drittel. Was genau das ist, was man auch erhält, wenn man rein zufällig das verteilt. Es ist kein so wirklich gutes Ergebnis für die Astrologie. Nee, es ist sogar ziemlich schlecht. Aber man kann jetzt vielleicht noch sagen, Persönlichkeit ist was sehr Komplexes. Und vielleicht war das einfach, die Aufgabe war vielleicht einfach ein bisschen zu schwierig. Denn tatsächlich konnten auch die Personen selbst nachher nicht richtig zuordnen, welche Persönlichkeitsbeschreibung sie denn treffen würde. Konnten die selber nicht. Also von daher vielleicht, naja, gut, ein bisschen schwer. Die Forschung hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben. Es gab ja noch eine Studie 2009 in Indien, die war ähnlich. Und zwar mit einem Studiendesign, das zwar irgendwie wieder sehr sinnig, aber auch so ein bisschen seltsam war. Und zwar, die haben folgendes gemacht. Die haben 100 sehr intelligente Kinder genommen und 100 Kinder mit einer geistigen Behinderung. Und von denen hat man dann auch diese Birth Charts erstellt, diese Natal Charts. Und dann den Astrologen vorgelegt. Und die Astrologen sagten dann klar, das kann man schon am Birth Chart erkennen, wie schlau die Kinder sind. Also die mussten die quasi dann zuordnen anhand dieses Birth Charts. Welches Kind ist quasi in welcher Gruppe? Und die Trefferquote war dann wieder bei, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, 50%. Also wieder genau das, was man auch beim Zufall erwarten würde. Ganz schön bescheiden. Der Vorteil dieser Studie, die Zuordnung, die war sehr eindeutig und weniger kompliziert als jetzt bei der Persönlichkeit. Es waren ja so gesehen nur zwei Gruppen. Andererseits würden Astrologen in Deutschland jetzt wahrscheinlich argumentieren, dass das ja viel zu konkret sei mit dieser Intelligenz. Also da solche Vorhersagen zu treffen. Und außerdem handelt es sich ja in diesem Fall um die indische Astrologie, die allein dadurch, die ist schon ein bisschen anders, weil sie einen anderen Tierkreis letztlich quasi verwendet. Und allein dadurch ließen sich Fehler dann auch einfach erklären. Also dass das mit der Vorhersage nicht funktioniert hat. Also man merkt ganz schnell, wenn einem das Ergebnis da irgendwie nicht passt, dann ist man ganz schnell dabei Ausreden zu finden. Und es sind dann einfach schlechte Astrologen. Das ist so ein klassisches Argument. Übrigens findet ihr auch in der alternativen Medizin ja immer wieder. Wenn es nicht funktioniert hat, dann war einfach der Behandler oder der Heilpraktiker einfach nur schlecht. Not a true Scotsman-Argument nennt sich das so. Das ist ein klassisches Scheinargument. Aber es könnte ja vielleicht sein, also vielleicht stimmt das ja, vielleicht waren die wirklich einfach schlechte Astrologen. Es gibt ja auch noch die Aussage, dass man mittels des Geburtshoroskop testen könnte, ob ein anderer Mensch zu einem passen würde. Also ob die Persönlichkeiten irgendwie matchen. So ein bisschen wie diese komische Sendung auf dem Privatsender, wo Leute aufgrund ihrer Persönlichkeit gematcht werden. Trash-TV, die wir vielleicht auch mal geguckt haben. Auch dazu gibt es jedenfalls eine Studie. Dieses Mal auch nicht aus Indien, indische Astrologie, sondern aus den USA und zwar von 1971. Ein gewisser Mr. Silverman machte zwei Gruppen auf. Einmal mit Leuten, die sich scheiden ließen und einmal mit Leuten, die glücklich verheiratet waren. So, und dann wurden zwei Astrologen die Natalscharts dieser Person vorgelegt und die sollten dann sagen, ob es sich dabei um ein glücklich verheiratetes Paar oder um ein geschiedenes Paar handeln würde. Also ob die gut zusammenpassen oder ja offensichtlich nicht so gut zusammenpassen. Ja, auch da Trefferquote nicht höher als der Zufall. Nun kann man ja immer noch sagen, gut, nur weil die Astrologen das da jetzt nicht hinbekommen haben, heißt das ja noch nicht automatisch, dass auch die zugrunde liegenden Prinzipien falsch wären oder nicht existieren würden. Ja, und darüber hinaus ist es ja immer noch möglich, dass die Sterne vielleicht tatsächlich so eine Wirkung haben oder es da eine gewisse Synchronicität gibt, aber die Astrologen einfach noch nicht durchschaut haben, wie das genau funktioniert. Also welche Eigenschaften da eigentlich beeinflusst werden und wie man die dann richtig zuordnet, dass es die grundsätzlichen Effekte aber durchaus gibt. Es gab da tatsächlich mal eine Studie des französischen Astronomen Michel Gaugelon, der einen angeblichen Zusammenhang zwischen der Position des Mars und erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern gezeigt haben wollte. Leider war es aber, wie sich dann zeigte, kein Zusammenhang, den die Astrologie normalerweise vorhersagen würde. Eher schlecht. Und es ist eh irrelevant, weil sich nachher herausstellte, dass es da Fehler bei der Datenauswertung gegeben hatte und Gaugelon sagte sich dann später tatsächlich auch von der Astrologie komplett los. Ja, eher schlecht. Aber man könnte ja trotzdem mal versuchen, die astrologisch konkrete Interpretation irgendwie außer Acht zu lassen und mal zu schauen, ob das Grundprinzip denn überhaupt so sinnig ist. Das ist eine sehr gute Idee. Und weil das so eine gute Idee ist, ist sie natürlich selbstverständlich nicht von uns. Nein. Das haben tatsächlich andere gemacht. Also die Astrologie erklärt ja die Unterschiedlichkeit der Menschen mit der Wirkung der Sterne und Planeten mit besonderem Fokus auf den Moment und den Ort der Geburt. Und dann kann man sich jetzt eigentlich an dieser Stelle mal fragen, warum eigentlich genau der Moment der Geburt? Warum nicht zum Beispiel der Moment der Empfängnis oder der Moment, in dem dein Herz zum ersten Mal schlägt? Also ist die menschliche Gebärmutter so eine Art Schutzschild vor kosmischer Schicksalsenergie. Ja, klar. Die Gebärmutter quasi als Äquivalent zu einem Bleikontainer, der vor radioaktiver Strahlung schützt, also vor Radioaktivität schützt. Ja, nur dass der Bleikontainer ja dafür da ist, dass da keine Strahlung rauskommt normalerweise. Während dann die Gebärmutter könnte es dich auch vor äußerer Strahlung schützen. Vielleicht lassen wir das einfach. Vielleicht lassen wir das Thema einfach. Jedenfalls spielt der Moment, vor allem auch der Ort der Geburt, ja eine entscheidende Rolle. Du musst das in diesem Natalschatz auch angeben, wo du geboren worden bist. Kannst du nicht nur reinschreiben Deutschland, sondern da musst du schon sagen, welche Stadt das war. Das brauchst du eben, um die Unterschiede der Menschen zu erklären. Was aber ja auch bedeuten würde, dass man gewisse Übereinstimmungen bei Menschen finden müsste, die zur selben Zeit, also mehr oder weniger fast selben Zeit, am selben Ort geboren worden sind. Ja, also und das eben unabhängig davon, welche Art von Tierkreiszeichen ich jetzt nutze. Also da müssten sich ja Gemeinsamkeiten zeigen. Also wenn jetzt zwei Menschen irgendwie innerhalb von fünf Minuten im selben Krankenhaus, in, weiß ich nicht, Berlin-Seelendorf geboren worden sind, dann müsste es da ja Gemeinsamkeiten haben, weil die gleichen Aszendenten, Sternzeichen und so weiter haben. Das müsste alles passen. Ganz wichtig, du kannst natürlich keine biologischen Zwillinge nehmen, weil die natürlich allein schon aufgrund von vielleicht einer ähnlichen Erziehung und einer sehr ähnlichen Genetik... Aber das Kind im Nebenraum. So, das Kind im Nebenraum. Das könntest du vielleicht nehmen. Das nennt sich dann Zeitzwilling. Schön. Das ist ein schöner Begriff, ja. Das ist dann vielleicht nicht ganz genau derselbe Ort, sondern vielleicht, wie gesagt, im Nebenraum. Für die astrologische Analyse müsste das aber völlig egal sein. Also du bringst bei diesem Natalschatz die Stadt an. Du musst jetzt nicht irgendwie hundertprozentig genaue Positionsänderungen oder Koordinaten da angeben. Ja, wenn ihr euch diese Birth-Charts, diese Natalscharts anschaut, dann werdet ihr da einfach nur nach der Stadt gefragt. So, John Eddy, ein bekannter britischer Astrologe, schrieb dazu schon in den 1960er Jahren, wir haben das mal frei ins Deutsch übersetzt, man würde erwarten, wirklich außergewöhnliche Ähnlichkeiten im Leben und im Temperament nur bei denjenigen zu finden, die fast genau zur gleichen Zeit, also innerhalb weniger Minuten und am gleichen Ort geboren wurden. Dennoch muss die Tendenz, dass Ähnlichkeiten im Leben derer, die am selben Tag geboren sind, stark bleiben und es lohnt sich, sie zu untersuchen. Ja, jetzt könnte man denken, dass solche Zeitzwillinge super, super selten sind. Und relativ betrachtet ist das tatsächlich auch so, aber absolut gesehen findet man dann doch einige. In einer Stadt mit einer Million Einwohnern werden im Schnitt 4000 Menschen pro Jahr in einem Abstand von weniger als fünf Minuten zueinander geboren, also nicht in denselben fünf Minuten, sondern natürlich verteilt. Das heißt, es folgt relativ dicht aufeinander und die könntest du so gesehen als Zeitzwillinge betrachten. So, und die kannst du dir dann anschauen. Es hat zum Beispiel eine Untersuchung von Dean und Kelly aus dem Jahr 2003 gemacht. Die haben die sich angeschaut und dann analysiert. Dafür wurden 2101 Zeitzwillinge in London identifiziert. Die wurden alle in London zwischen dem 3. und dem 9. März 1958 geboren. Waren also alles Fische. Ja, genau. Waren alles Fische, nach westlicher Astrologie zumindest. Indisch wäre das ja verschoben. So, und zwar wurden die dann jeweils immer paarweise im Durchschnitt weniger als fünf Minuten voneinander geboren. Und die hat man dann in chronologische Reihenfolge gebracht und dann immer die beiden Nächsten miteinander verglichen. Also A mit B, B mit C, C mit D, D mit E und so weiter und so fort. So, genau. Und verglichen hat man dann 110 Eigenschaften, die man laut Astrologen im Geburtshoroskop halt ablesen können soll. Also zum Beispiel den IQ oder die Neigung zum Sport oder Kunst oder auch andere Charaktereigenschaften. Und diese Werte, die wurden dann nicht nur einmal abgefragt, sondern auch nochmal im Alter von 6 Jahren, von 11 Jahren und von 23 Jahren, sodass du auch sehen kannst, wie sich das entwickelt über die Zeit. Ja, und dann hat man für diese Variablen die Korrelation zwischen diesen Zeitzwillingen berechnet. Man muss nochmal dazu sagen, die haben natürlich die Studie nicht angefangen 1958, sondern die haben sich Bevölkerungserhebungen dazu einfach angeguckt, die sowieso schon bestanden haben. So, und diese Korrelation, die hat ein sehr eindeutiges Ergebnis. Der Wert war ziemlich genau null. Was für eine absolute Zufallsverteilung. Also nicht signifikant. Nein, nicht mal signifikant. Also es steht für eine absolute Zufallsverteilung der Eigenschaften und dafür, dass es eben überhaupt keine irgendwie gearteten, übereinstimmenden Eigenschaften gab zwischen den Menschen, die alle eigentlich laut der Astrologie sehr ähnliche Eigenschaften haben müssten. Und zwar, man konnte auch nicht sehen, dass die, die fünf Minuten dann nur auseinander waren, mehr Eigenschaften teilen würden, als die, die dann einen Tag auseinander waren oder so. Und laut Eddie sollen ja selbst die, die noch einen Tag auseinander sind, noch große Übereinstellungen haben. Man hat nichts gefunden. Gar nichts. Palina Ruschinski schreibt ja in ihrem Buch hier zum Beispiel allen Fischen spezielle Eigenschaften zu. Aber es ist ja letztlich vollkommen egal, welche Eigenschaften sie da den Leuten zuschreibt, wenn das zum Teil so krass auseinander geht. Ja, und das ist nicht mal nur diese einzige Zeit-Zwillingsstudie, die wir uns da gerade angeschaut haben. Richtig überzeugende Übereinstimmung findet man da eigentlich nirgends. Manchmal gibt es Übereinstimmungen so in einzelnen Charaktereigenschaften. Das ist ja letztlich auch zu erwarten, ja, die werden dann als auffällig bewertet. Aber auch hier muss man natürlich bedenken, dass du rein per Zufall eigentlich schon irgendwo mal signifikante Übereinstimmungen finden wirst, die am Ende eben doch Zufall sind. Vorhersagen, was diese Persönlichkeitseigenschaften angeht, sie funktionieren nicht. Und jetzt die Festnahme. Tja, landet Paulina Ruszynski jetzt im Science-Cops-Knast oder nicht? Also einerseits erzählt sie natürlich unfassbaren Unsinn, anti-aufklärerischer geht's eigentlich gar nicht. Haben wir selten erlebt bei den Science-Cops eigentlich sowas. Andererseits macht sie selbst natürlich gar keine wissenschaftlichen Aussagen. Na gut, sie nennt den Mond einen Planeten. Ja gut, aber sie behauptet jetzt nicht, dass irgendwas davon wissenschaftlich bewiesen sei. Wenn es danach gehen würde, müssten wir vielleicht auch jeden katholischen Priester festnehmen. Ja, wobei es da eigentlich auch entscheidende Unterschiede gibt. Also sowas wie Prophetie, ja, kennt man aus dem Christentum, wo wirklich sehr konkrete Aussagen gemacht werden. Das gibt es heute auch noch in so sehr charismatischen Kirchen, aber insgesamt spielt das im Christentum keine so große Rolle mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich über prüfbare Aussagen herausgehauen werden, wie irgendwie übermorgen stürzt der Eiffelturm ein oder sowas. Das gibt es, es gibt es allerdings sehr selten. Und ob jetzt zum Beispiel ein Leben nach dem Tod, ob es das gibt oder wie das aussieht, das ist halt nur schwer überprüfbar. Das ist eine Aussage, die du ja so überhaupt nicht überprüfen kannst. Da geht es dann halt am Ende wirklich um Glauben und nicht mehr um quasi Tatsachen behauptung. Bei der Astrologie aber ja nicht. Also es geht nicht ums Glauben. Zumindest wenn man Palina Roszynski glauben darf. Dieses Zitat hier kommt aus einem Interview mit der Süddeutschen von Anfang 2022. Es darf jeder selbst entscheiden, ob er sich für Astrologie interessiert oder nicht. Aber wenn Leute mit mir darüber reden, sagen sie oft als erstes, also ich glaube ja nicht an Astrologie. Und das Wort Glauben finde ich in diesem Zusammenhang falsch. Mit Glauben hat Sterndeutung nichts zu tun. Es gibt die Planeten, es gibt den Mond und der macht die Gezeiten. Ob die Gezeiten da nun dran glauben oder nicht. Das klingt also dann auch nicht mehr nur nach Synchronicität, sondern nach einer direkten Wirkung, die die Sterne auf uns haben. Das ist dann auch egal. Das ist einfach eine Tatsache, dass diese Gezeiten. Letztlich redet sie da von der Schwerkraft. Richtig. Und da haben wir vorhin schon erklärt, warum das völliger Blödsinn ist. Und die macht ja dann auch teilweise recht konkrete Aussagen zu Dingen, die prinzipiell auch überprüfbar sind. Also wenn du Vorhersagen machst oder auch sagst, pass auf, du solltest folgende Sachen aktuell nicht machen, du solltest nicht investieren oder einen Podcast starten oder was auch immer, dann kann man das ja grundsätzlich auch überprüfen. Mit dem sehr klaren Ergebnis, dass da halt absolut nichts dran ist. Also man muss das so klar sagen, die Astrologie hat nicht nur keine plausible Erklärung für diese angeblichen Wirkmechanismen, zwischen Leben auf der Erde und der Konstellation der Gestirne. Und wie und warum man etwas an den Sternen ablesen kann. Sie ist auch erwiesenermaßen unfähig dazu, diese Vorhersagen zu treffen, die Zukunft vorherzusagen oder aber auch Auskunft über die persönlichen Eigenschaften zu geben. Wir haben es gerade gesehen, die Studien zeigen es ziemlich klar, es funktioniert nicht. Und deswegen ist dieses ganze Buch, was Palina Roszynski geschrieben hat, es ist einfach ausgemachte heiße Luft. Sie schwurbelt sich ein zurecht und verbreitet im Buch auf Instagram und auch im TV Thesen, die, wir haben den Begriff jetzt echt häufig verwendet, aber die sind anti-aufklärerisch, die bringen Leute zurück in eine ganz dunkle Zeit irgendwie, wo man noch nicht wusste irgendwie im Zweifel, wie das da eigentlich ist. Ich meine, die Sachen kommen ursprünglich aus einer Zeit, da wusste man noch nichtmals, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Da hat man das noch anders gemacht. Und teilweise ging man sogar noch von einer flachen Erde aus. Und heute einige auch, aber ja. Sie könnte wirklich genauso gut sagen, dass Gras hellrosa, violett gestreift ist. Das hätte einen ähnlichen Wahrheitsgehalt. Und eben weil Palina Roszynski konkret überprüfbare Falschaussagen raushaut, ist sie auch ein klarer Fall für die Science Cops. Und die landet natürlich im Quark Science Cops Knast. Anders dann doch als die Anhänger von Religion, bei denen es wenigstens ums Glauben geht. die machen eben zum größten Teil keine so konkreten Aussagen, die sich dann als falsch rausstellen. Wenn man jetzt aber Astrologie im Gegensatz zu Palina Roszynski doch als eine Art Religion, Glauben, Ersatzreligion oder was auch immer definiert, dann wundert es eigentlich auch nicht, dass die Astrologie in den letzten Jahren ein solches Hoch hat. Ich meine, ja, Corona-Pandemie, Kriege, insgesamt Zeiten von Krise, die sorgen immer dafür, dass sich Menschen orientierungslos fühlen und nach neuen Orientierungen suchen, einfache Antworten in einer komplexen oder überfordernden Welt, ja, das kennt man, die werden dann gesucht, das Gefühl, die Kontrolle zurückzugewinnen, das ist ja eigentlich eine Kernfunktion oder ein Kernelement von Religion und von Glauben. Nun erfordert klassische Religion, wie das Christentum, besonders jetzt vielleicht die römisch-katholische Kirche, erfordert so eine gewisse Konformität mit Regeln, mit einer Gemeinschaft, es gibt Dogmen. Und die katholische Kirche ist jetzt auch nicht unbedingt für ausufernden Individualismus bekannt. Das passt dann aber vielleicht einfach nicht mehr mit einer hyperindividualisierten Instagram-Lebensrealität, Gesellschaft zusammen. Da ist die Astrologie von Palina Roszynski dann vielleicht einfach passender, weil sie zum Beispiel schreibt hier in ihrem Buch, ich schlage das mal gerade auf, bestimmt gibt es Teile in den Kapiteln, in denen du dich nicht wiedererkennen wirst, also in den Kapiteln, die über dich geschrieben sind, über dein Sternzeichen. Das heißt, dass du diese Themen entweder schon hinter dir hast oder sie für dich einfach nicht relevant sind. Wenn du dich andererseits von etwas besonders angesprochen fühlst, bleib entspannt und fühl einfach mal in dich herein. So, was soll das? Ganz ehrlich, das ist doch, wenn es dir gerade was nicht passt in dem Buch, dann ignorierst du es halt einfach. Nimm nur das, was zu dir passt. Man kann das natürlich Individualismus nennen, man kann das aber auch absolute Beliebigkeit nennen. Beliebigkeit ist ja dann auch das richtige Stichwort, um zu erklären, warum Menschen dann doch an Horoskope glauben oder halt meinen, ach, das passt aber gut, was da heute über mich in der Tageszeitung stand, zu meinem Sternzeichen Vage, Ascendent, Widder oder was auch immer. Irgendwie trifft das auf mich zu. Es gibt den sogenannten Barnum-Effekt, bekannt nach Petey Barnum, dem Greatest Showman, wenn man Hugh Jackman glauben darf. Der Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt. Manchmal wird der auch Forer-Effekt genannt und er funktioniert, oder Forer, ich weiß gar nicht, wie der Mann ausgesprochen wird. Forer-Effekt. Forer. Ja, jedenfalls funktioniert der ungefähr so. Was ihr nicht wisst, da draußen, wir sind Hellseher und können genau in diesem Moment eine ziemlich genaue Vorhersage über eure Persönlichkeit treffen. Genial, genau. Du, der du jetzt diesen Podcast hörst oder dieses Video guckst, du nimmst nicht alles einfach unbewiesen hin, sondern prüfst gerne kritisch, ob das, was man dir erzählt, auch wirklich stimmt. Zudem bist du ein Mensch, der ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung bevorzugt und sich ungern durch Verbote oder Beschränkungen einengen lässt. Vermutlich gibt es aber auch manchmal Situationen in deinem Leben, in denen du dich fragst, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und zwar mal ehrlich, damit haben wir dich da draußen ganz gut getroffen, oder? Ja. Ich denke, wir können das Science-Cops-Handwerk auch an den Nagel hängen und einfach in Wahrsagerei machen. Ich glaube, das ist profitabler. Die Idee. Leider hat das hier natürlich nichts mit Wahrsagerei zu tun, sondern natürlich am Ende mit Wissenschaft. Bertram Forer hat in den 1950er Jahren ein Experiment gemacht. Er führte mit seinen Studenten einen Persönlichkeitstest durch und gab ihnen dann als Ergebnis allen denselben Text. Ist da überall genau dasselbe drin, der dem, ja, den wir eben vorgelesen haben, tatsächlich sehr, sehr ähnlich war. So, und dann fragte er vor versammelter Mannschaft, wer von den Leuten denn glauben würde, dass dieser Persönlichkeitstest ihn gut treffen würde, ja, also gut auf ihn passen würde. Und, was war das Ergebnis? Fast alle hoben die Hand, was dann wohl zur allgemeinen Belustigung geführt haben. Ja, verständlicherweise, ne? Also, der Barnum-Effekt besagt also, dass Menschen dazu neigen, allgemein vorgetragene Informationen und Aussagen auf sich selbst zu beziehen. So, und diesen Effekt machen sich Horoskope einfach sehr zu Nutze. Man kann sich in den Texten von Paulina Roszynski, die sie da in ihrem Buch schreibt, auch immer ganz gut wiedererkennen, das ist kein Problem. Ganz egal, welches Sternzeichen man nun wirklich ist, also ich könnte jetzt jedes Sternzeichen, glaube ich, lesen, würde... Irgendwas würdest du immer darin finden, dass du da steht, ja, ist ein bisschen zögerlich, da fallen dir Situationen ein, wo du dann sagst, ja, stimmt, oder, hm, da war ich total mutig, oder, ja, manchmal gibt es so Situationen, in denen du dich nicht ganz wohl fühlst, irgendwas wird passen. Irgendwas passt halt immer so, die sind einfach so allgemein geschrieben, dass immer irgendwas passt. Barnum-Effekt heißt das übrigens, weil wohl schon Petey Barnum diesen Effekt nutzte, um sein Publikum in die Irre zu führen. Also eigentlich dasselbe, was auch Paulina Roszynski macht. Ja. Oder? Vielleicht kann man es dann auch einfach den Roszynski-Effekt nennen. Wäre eine Idee, können wir ja mal vorschlagen, so in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Vielleicht gehen die da ja mit. So, auch eine Rolle spielt übrigens, auch hier wieder, gute alte Confirmation Bias, wir neigen eher dazu, Informationen zu glauben, die uns in einem positiven Selbstbild irgendwie bestärken. Und Horoskope sind da natürlich doch meist eher schmeichelnd formuliert. Und dann denken wir so, das stimmt natürlich. Also ich bin wirklich sehr großherzig. Da steht jetzt selten drin, dass du ein totaler Idiot bist und nichts mehr auf der Kette kriegen willst und dass dein Leben eigentlich vorbei ist und dass du dich verwirkt hast. Das stimmt wirklich. Ich bin totaler Idiot. Das richtig. Endlich sagt es mir das Horoskop mal. Ich bin wirklich dumm und wirklich geizig. Nee, das würde man eher nicht glauben. Nee, da würdest du auch aufhören, das zu lesen. Und zu diesen beiden Effekten, also einmal dem Balm-Effekt und dem Confirmation Bias, passt übrigens hervorragend, dass zwar die Sterne nicht wirklich was über die Persönlichkeit eines Menschen aussagen, die Persönlichkeit eines Menschen aber einen Hinweis darauf geben kann, ob ein Mensch an die Macht der Sterne glaubt. In einer schwedischen Studie fanden die Forschenden einen negativen Zusammenhang zwischen der Intelligenz auf der einen und Glaube an Astrologie auf der anderen Seite. Also schlaue Menschen glauben tendenziell seltener an Astrologie. Einen positiven Zusammenhang inzwischen gab es beim Narzissmus. Also Narzissmus war in dieser Studie der stärkste Prädikator für den Glauben an Astrologie. Narzissische Menschen tendieren eher dazu, das zu glauben. Ja, es ist eine Korrelation, wohlgemerkt, oder Synchronicität, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber das ist ja ein Erklärmechanismus laut den Astrologen, also von daher ist das doch okay. Also es ist aber keine Kausalität, zumindest wurde die da nicht nachgewiesen, aber es passt ja irgendwie schon. Wenn man wirklich glaubt, dass die Sterne da draußen etwas über einen ganz persönlich aussagen, über mich als kleinen Mensch, obwohl wir den Stern, wir lehnen uns da jetzt aus dem Fenster, vermutlich herzlich egal sind. Ja, aber wenigstens kann ich mir dann als Astrologie-Fan, wenn ich denn möchte, ein schönes Sweatshirt oder ein Hoodie kaufen in Paulinas Online-Shop. Wie gesagt, schlappe 100 Euro für die entsprechenden Sternzeichen. Du kriegst ja einen zum Geburtstag, Max. Da ist dann ein Sternzeichen mit der Löwe drauf. Kannst dich schon mal freuen. Und damit kann ich dann natürlich auch schön ein paar Insta-Fotos machen mit meinem Sternzeichen. Ich kann mir irgendwie auch Schmuck noch dazu kaufen und kann dann den Leuten zeigen, wie toll ich im Einklang mit meinen Sternen lebe. Und nebenbei blättere ich durch das Buch von Palina, da sind auch alle paar Seiten Fotos von ihr drin und vielleicht mache ich dann auch Fotos selber für Instagram. Also ein Schelm, wer da eine Verbindung zum Narzissmus sieht, oder? Das ist wirklich ein Schelm. Bleibt also festzuhalten, Palina Roschinski erzählt nicht nur ganz, ganz großen Unsinn, und sie verdient auch noch Geld damit. Und darum, klare Sache, ab in den Science-Cops-Knast. Wann sie da wieder rauskommt, werden wir mal sehen. Das können ihr vielleicht die Sterne erzählen, wie lange sie da drin bleiben muss. Möglicherweise kommt sie erst dann raus, wenn Pluto im Wider steht. Und wer sich ein bisschen mit Astrologie auskennt, der weiß, das ist noch verdammt lang hin. Ja, das ist noch ein bisschen. So, das war unsere Folge zur Astrologie. Ja. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Danke draus an Lena Puttfarken, die uns bei der Recherche unterstützt hat, an Anna Hoffmann für die Produktion und an unseren wirklich sehr, sehr guten Kollegen Markus Glauck als Polizeisprecher. Ja, man kann auch sagen Freund, oder? Das ist doch die eigentliche Wahl. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch unbedingt das erste Video unserer Webserie an, abonniert diesen Kanal, gebt uns ein Like und schreibt uns auch in die Kommentare. Ja. Glaubt ihr, wir waren jetzt zu hart mit Palina Ruszynski oder seid ihr auch der Meinung, ey, die erzählt ziemlich einen dünnen Pfiff. Also das Video müsste übrigens jetzt irgendwo hier aufgetaucht sein. Viel Spaß beim Gucken. Und hören tun wir uns natürlich in zwei Wochen wieder. Also, macht es gut, mögen die Sterne mit euch sein. Oder die Macht, oder was auch immer. Auf Wiederhören. Ciao.